Hallo und herzlich willkommen bei Energiewirtschaft einfach, der Online-Akademie für die Energiebranche. Mein Name ist Carsten Eckert und heute geht es um den Universalbestellprozess in der Energiewirtschaft. Der Name deutet noch nicht so viel an, was dahinter steckt. Wir haben ihn hier schon das eine oder andere Mal erwähnt. Es geht um Smart Metering-Themen, es geht um Digitalisierungsthemen, neue Messprodukte und so weiter. Und passenderweise gab es jetzt vor wenigen Tagen ein Update des Einführungsszenarios für den Universalbestellprozess. Und da können wir ja mal reinschauen. Wir haben das Thema an sich auf dem Kanal schon mal behandelt. Da hieß das Video in etwa, neue Smart-Mieter-Prozesse in der Energiewirtschaft oder so ähnlich vor einigen Monaten. Da gab es nämlich den Beschluss zur Einführung zum 1. Oktober, was dann vor allem hier in Anlage 1 eine neue GBKI-Version, in Anlage 2 eine neue WIM-Version eben auch mit sich gebracht hat. Die kennt ihr im Zweifel schon. Ihr seid im Zweifel darauf vorbereitet, dass im Oktober wirklich immense Änderungen wieder an der Marco kommen. Ich habe schon ein paar Kunden, die jetzt schon vor Monaten Seminare gekauft haben für den Oktober. Und dementsprechend ist das mega komplex, was hier überhaupt passiert. Damals wurde schon verwiesen auf das Einführungsszenario des Universalbestellprozesses. Da gab es jetzt aber im Juni ein Update. Und das ist natürlich der Grund, warum wir jetzt auch noch mal genauer reinschauen. Beim BDW finden wir diese Anwendungshilfe in der Version 1.1. Und Version 1.1 deutet schon darauf hin, es gibt irgendwelche Anpassungen. Die Änderungshistorie ist relativ knapp hier auf der letzten Seite. Wir haben einerseits den Hinweis, neue Objekte, da gab es Anpassungen. Kontaktdaten gab es Anpassungen, neue Messprodukte und Stammdatenanpassungen. Also hier hat sich einfach ein bisschen was weiterentwickelt und man ist jetzt klarer darin, wie man vor allem zum Beispiel den Zeitrahmen der Einführung von neuen Prozessen hier gestalten sollte. Wenn wir jetzt mal ein bisschen wieder vorscrollen in das Inhaltsverzeichnis, dann sehen wir schon, okay, neue Objekte, Netzlokation, davon haben wir schon mal gehört, haben wir auch ein Video dazu gemacht, technische Ressource und steuerbare Ressource. Kennen wir aus dem Redispatch, sind jetzt als IDs, als Datenobjekte auch in unserer klassischen Prozesswelt übergegangen. Und dann hier, Themen, Schaltzeitdefinitionen, Blindarbeitsabrechnung. Da werden wir auch noch mal ein bisschen was dazu machen. Ich habe, glaube ich, nie richtig erklärt, was Blindarbeit ist und praktisch dann so die Scheinleistung und sowas. Werte nach Typ 2 bestellen, was ist überhaupt Typ 2, warum nennt man das überhaupt Typ 2, um das irgendwie verständlich zu machen? Ihr wisst ja, dass ich ein bisschen zynisch damit umgehe, wie unverständlich in unserer bürokratisierten Energiewirtschaft teilweise hier die offiziellen Dokumente sind. Kommunikationsdaten wurde ein bisschen was angepasst, weil weitere Marktpartner hier dann eben auch kommunizieren müssen. Die Artikelnummern in der Abrechnung wurden jetzt durch Artikel-IDs hier auch ersetzt. Neuermessprodukte für den ESA, wie der das dann praktisch bestellen kann als Dienstleister des Endkunden. Und dann so ein paar Standdatenanpassungen. Wir sehen hier Lokationsbündelstruktur, Netzlokation und Co. Das ist alles noch verschoben. Dann hier ab Daten der Marktlokation, genau mit dem Abwilligungsmodell, da geht es um die Bilanzierung zum Beispiel, haben wir so ein paar konkretere Hinweise. Die Änderungen sind größtenteils zum 1. Oktober 2023, teilweise zum 1. Januar 2024. Und dieses Einführungsszenario beschreibt dann eben vor allem, wie man innerhalb der ersten zwei Oktoberwochen die ersten Austauschprozesse macht, danach so eine Klärungsphase hat und dann praktisch die weiteren Prozesse ablaufen sollen. So ein Einführungsszenario ist jetzt nicht völlig verpflichtend zu nutzen. Es ist jetzt keine behördliche Veröffentlichung der Bundesnetzagentur, die empfiehlt natürlich das zu nutzen, keine Frage. Wenn der Branchenverband das so veröffentlicht, ist das aber natürlich schon der Fingerzeig, du solltest das genau so machen, wie wir das hier veröffentlichen. Dementsprechend ist das nicht nur ein Konsens, sondern wirklich die Art und Weise, wie das wahrscheinlich die meisten tun werden. Von daher, man sollte sich daran halten. Jetzt merken wir schon an diesen ganzen Themen hier, dass es mega komplex ist und ich kann euch da nur schon mal anteasern. Das machen wir nochmal in einem separaten Video. Wir haben jetzt einen Mitgliederbereich bei uns, einen Abo-Bereich praktisch mit einer monatlichen Zahlung von 47 Euro brutto, also netto ungefähr 40, wo wir exklusiv jeden Monat über Marktkommunikationsthemen sprechen werden, wo wir Grundlagen, wie hier das Netzzugangsmodell zum Beispiel oder hier die sternenförmige Kommunikation und kettenförmige erklären, wo wir jede Menge Inhalte drin haben und euch näher bringen wollen. Und zwar praktisch ja wirklich verpflichtend coachen, weil ihr seid ja dann Abonnent, ihr zahlt dafür. Und in diesem Mitgliederbereich gibt es nicht nur diese grundlegenden Themen, sondern dann natürlich auch immer die aktuellen Entwicklungen, zum Beispiel der Universalbestellprozess. Das aber nochmal in einem anderen Video dann genauer. In dem Einführungsszenario geht es dann, wie gesagt, irgendwann mal konkret los. Allgemeine Einleitung, es geht hier immer um die deutsche Zeit, wenn wir hier Datumsangaben haben in diesem Einführungsszenario. Und dann beginnen wir schon mit der Einführung der Netzlokation und die initiale Übermittlung der ID. Also die Netzlokation, kurz gesagt, ist so die letzte Stelle, der Netzübergabepunkt praktisch. Und steckt damit praktisch noch vor der Marktlokation, weil wir uns ja durchaus vorstellen können, dass in einer Liegenschaft verschiedene Prozesswelten zu nutzen sind, wie Verbrauch und Einspeisung. Also klassischerweise, PV-Nag auf dem Dach, die auch einspeist und ansonsten Verbrauch. Da sind doch schon mal zwei Marktlokationen, die was Unterschiedliches machen. Und dahinter Messlokationen, die eben messen. Die Netzlokation ist praktisch einmalig, die ist genau an der Netzübergabe und ist praktisch so der letzte Schluss. Und dahinter können jetzt wilde Konstruktionen von Malos und Melos stecken. Man kann sich auch da irgendwelche Gewerbegebiete vorstellen oder komplexe Messungen in Mehrfamilienhäusern oder was weiß man für Quartieren, die zusammenhängen. Das heißt, die wilde Kombination aus Messlokationen und Marktlokationen, also eine Lokationsbündelstruktur, wird dann an der Netzlokation enden. Und das ist dann so die letzte Stelle. Und danach ist dann der öffentliche Bereich des Netzes praktisch. Und die Netzlokations-ID wird vor allem erstmal genutzt für die Blindarbeitsabrechenden. Haben wir ja vorhin schon mal erwähnt. Weil die eben exklusiv an diesem Netzübergabepunkt gemacht werden würde in Zukunft. Bisher war das ja auf der Malu-Ebene. So, diese Netzlokations-ID, wir haben sie auch schon mal vor Monaten besprochen, kann mittlerweile schon bestellt werden bei der Code-Vergabestelle des BDEW. Und dann gibt es schlussendlich hier die Möglichkeiten über die Änderung der Lokationsbündelstruktur. Das ist ein ganz normaler Prozess, Use Case. Hier diese Nelo-ID dann einzuführen an den Messsteinbetreiber, eben genau damit an den Lieferanten mit der Marktlokationsstrukturänderung. Das sind einfach nur, ich sage mal, ähnliche Prozesse in unterschiedlichen Strukturen, weil die Marktpartner das ja unterschiedlich betrachten wollen. Den Lieferanten interessiert eigentlich nur seinen Lieferantenprozess an der Malu. Der Messsteinbetreiber muss ja alles kennen innerhalb praktisch der Messsituation und komplexen baulichen. Gegebenheiten und dementsprechend hier die gesamte Lokationsbündelstruktur. So, Gültigkeitsbeginn ist 01.01.24. Das ist wichtig. Wir werden hier vorher die Nelo-IDs also einführen und auch hinschicken. Aber erst ab dem 1. Januar werden die operativ genutzt durch dann eben auch diese Blind-Arbeitsabrechnung zum Beispiel. Also initiale Übermittlung 01.10. und dann operative Nutzung, weil ich auch Gültigkeitsbeginn des Stammdatums 01. Januar. Sollten dann weitere Stammdaten in Zukunft sich ändern, ist das eine Änderung über die Daten der Netzlokation, die Oberstdaten der Netzlokation. Das ist dann praktisch auch neu eingeführte Stammdaten, die hier dann für die Nelo gelten würden. Auch hier eine Abrechnungsdaten der Netzlokation. Das ist also ganz so, wie wir es von den anderen Lokationsarten kennen. Preisplatz zur Blind-Arbeit, das deutet dann schon darauf hin, wir wollen das in Zukunft über die Nelo umsetzen. Das ist auch eine entsprechende Prozesswelt, die hier eingeführt wurde. Kann man machen. Wir sehen dann zum Beispiel auch hier noch die Hinweise, wie man das dann im Untereinander zwischen den Marktpartnern weitermachen kann. Die Messlokationsänderung vom NB an MSB, dann die Beauftragung der Änderung, die da entsprechend wieder als Orders zurückgeschickt werden kann, etc. Das sind dann die Detailfragen. Zum 1. Januar 2024 könnte dann entsprechend auch hier die Bestellung einer Schaltzeit- und Leistungskurvendefinition in diesem Kontext weiter angestoßen werden. Schlussendlich läuft es darauf hinaus, dass wir hier ab dem Oktober viele Einführungen, zum Beispiel diese IDs, erstmal umsetzen können. Und praktisch erstmal die Stammdatenwelt in den IT-Systemen, die Objektwelt in den IT-Systemen anpassen. Wir kommen auch gleich noch zu den technischen Ressourcen und steuerbaren Ressourcen. Und dann ab dem 1. Januar praktisch operativ zum neuen Kalenderjahr die weiteren Prozesse wie Abrechnungen und Co. laufen sollen. Ab dem 1. Januar kann die Netzlokations-ID, sollte sie notwendig sein, also sollte sie eingeführt sein, inklusive weiterer Stammdaten der Netzlokation auch schon in der Anmeldebestätigung im Lieferbeginn mit gemeldet werden. Und hier nochmal weitere Hinweise darauf, da gibt es ja verschiedene Szenarien, ab wann ist das jeweils nötig, wie anzugeben. Weil natürlich eine Lieferbeginnmeldung auch ein Lieferbeginndatum in der Zukunft erst haben könnte. Und was muss man dann wie beachten? Dafür gibt es diese Einführungsszenarien. Die technische Ressource, die TR-ID, kennen wir aus dem Redis-Patch als die Anlage, das ist die technische Ressource. Hier sprechen wir dann ganz konkret von den Anlagen, die wir später vielleicht steuern wollen, wie eben die Wärmepumpe, die Nachtspecherheizung, die Wallbox. Also das, was wir auch im Kontext des § 14a Energiewirtschaftsgesetz als steuerbare Verbraucher ansprechen wollen. Die TR-ID kennen wir bereits aus dem Redis-Patch, steht hier auch nochmal. Nun soll sie eben sehr konkret in Zukunft gesteuert werden. Da wurde hier schon mal drauf hingewiesen, Steuerkanal, Steuerbox, was dann die Steuerungs-ID wäre, die SR-ID, zu der wir gleich noch kommen. Diese technische Ressource kann an sich jederzeit beantragt werden. Die gibt es ja schon im Redis-Patch, auch da bei der Code-Vergabestelle bestellbar. Und eben alle nun zu steuernden Anlagen brauchen so eine TR-ID. Sofern dem Netzbetreiber alle für die Kommunikation notwendigen Stammdaten vorliegen, kann er die TR-ID sowie dazugehörige weitere Stammdaten im Rahmen des Einführungsszenarios kommunizieren. Und dafür gibt es dann einen Zeitplan. Weiter unten, ihr seht dann hier auch gleich immer Grafiken, die das in etwa als Zeitplan wiedergeben. TR-IDs sind unabhängig der verbauten Messtechnik vom Netzbetreiber zu vergeben. Das heißt, auch klassische Wärmepumpen, die mit einer konventionellen Messeinrichtung verbunden sind, aber eben Rundsteuerempfänger haben, damit der Nachttarif zum Beispiel angeschaltet werden kann, die brauchen auch eine technische Ressourcen-ID. Das ist aufwendig. Das sind viele Anlagen, Millionen Anlagen bundesweit. Da muss also doch noch einiges jetzt getan werden. Auch hier nochmal, wenn ihr die benötigt, bei der Code-Vergabestelle bestellen. Und dann, wie wir es schon gelernt haben bei dem vorigen Punkt, der Nelo-ID, Änderung der Lokationsbündelstruktur, Änderung der Marktlokationsstruktur. Damit kann der Netzbetreiber das dann mitteilen. Ähnlich wie vorher wird dann erklärt, was, wann, wie zu tun ist. Ähnlich Oktober-Einführung, Januar-Nutzung. Ihr habt dann hier solche, ich sag mal, Zeitstrahlen. Auch hier wird es nochmal halbwegs klar dargestellt. Wir haben hier den Bezug dieser ID, vorher schon, jederzeit. Dann zum 1. Oktober die initiale Übermittlung der ID. Egal, ob schon bestehende Belieferung oder Neueinzug, also Neuzuordnung. Und dann später irgendwann im laufenden Geschäft praktisch die Übermittlung weiterer notwendiger Daten für die technische Ressource über eine Standartänderung. Klar, das Gleiche für die steuerbaren Ressourcen. Wenig überraschend. Die steuerbare Ressource, das ist jetzt praktisch die Schaltbox. Das ist die Steuerbox. Das ist die technische Anlage zur Steuerung, zur Fernsteuerung dieser steuerbaren technischen Ressourcen. Die steuerbaren Ressourcen kennen wir auch aus dem Redispatch. Sind es praktisch für viele Versorger einfach was Neues, für Mesternbetreiber. Für die Netzbetreiber ist das ein bekanntes Datenobjekt, aber eben bisher nur im Redispatch-Kontext zu nutzen gewesen. Auch hier kann er jederzeit schon beantragen. Vokationsmittelstruktur, Marktvokationsstruktur, Änderungen jeweils. Als Meldungen. Interessant wird es dann eben nachher, naja, diese Use-Case ist auch für die im Markt bestehenden Steueranrichtungen wie Schaltuhen, Rundsteuerempfänger, Steuerboxen durchzuführen. Ansonsten ist ein Standartenaustausch, der darauf aufbauende Bestellprozess der Konfigurationsprodukte, Schaltzeitdefinition oder Leistungskaufendefinition nicht möglich. Wir müssen also diese steuerbaren Ressourcen-IDs grundsätzlich für alle, auch schon seit Jahrzehnten verbauten Steuereinrichtungen jetzt vergeben. Das werden die wenigsten bisher getan haben, weil natürlich auch so eine ID muss man bestellen bei dieser Akkordvergabestelle. Und das hat man jetzt nicht aus guter Laune einfach mal gemacht, sondern jetzt wird es prozessual innerhalb der nächsten Monate nötig, das zu tun. Bis Oktober sollte man also wirklich für all diese fraglichen Anlagen die technischen Ressourcen-IDs und die steuerbaren Ressourcen-IDs bestellt haben. Weil zum 1. Oktober nun mal hier tatsächlich die Standardübertragungen laufen sollten. Und dann zum 1. Januar operative Prozesse laufen werden. Das ist alles schon sehr bald. Man sollte jetzt wirklich loslegen. Am Ende des Tages ist das jetzt ähnlich, wie wir es schon gesehen haben. Wir haben dann die Hinweise auf die weiteren Abwicklungsprozesse, die dann nach dieser initialen Stammdatenübermittlung, könnte man sagen, oder Einführung der Ressourcen-IDs durchzuführen sind. Und naja, hier steht es also, die folgenden Kapiteln zeigen dann die benötigten Schritte zur Einführung der Schaltzeitdefinitionen und Leistungskurvendefinitionen. Außer von Zählzeitdefinitionen kennen wir ja schon, ist ja schon seit Anfang des Jahres eingeführt. Haben wir auch damals ein bisschen beschrieben. Die Zählzeitdefinition hat so angegeben, wann praktisch in welches Register gezählt werden soll. Diese Schaltzeitdefinitionen geben an, wann praktisch umgeschaltet werden soll. Ähnlich wie HTNT in der Vergangenheit. Zu einem bestimmten Uhrzeitpunkt wird praktisch der Nachttarif angestoßen. Leistungskurvendefinitionen beschreiben, wie praktisch der Leistungsverlauf eines Verbrauchers oder einer Anlage eben sich ändern darf. Diese Definitionen sind aber immer langfristige Vorgaben bei den Anlagen, bei den Kunden, bei denen das langfristig planbar und steuerbar ist. Das hat also so nichts mit ganz dynamischem Einsatz von Anlagen zu tun, im Sinne von dynamischen Tarifen, dynamischer Steuerung, netzdienstlicher Steuerung, die jetzt dauerhaft individuell praktisch anhand der Marktsituation und Netzsituation stattfindet. Das ist jeweils dann in Zukunft durch das Steuersignal aktuell durchzuführen, in Echtzeit praktisch. Diese Definitionen sind langfristige Planungen für das ganze Kalenderjahr potenziell. Weil man eben sagt, Schaltzeiten können halt an zwei Stellen oder drei Stellen am Tag oder an 20 Stellen in der Woche sinnvoll einfach durchgeführt werden, weil das für unsere Situation im Netz gerade so passt. So in etwa kann man sich das vorstellen. Oder Leistungskurvendefinition, dass eben beispielsweise ein größerer Gewerbekunde, der hat halt schwankendes Verbrauchsverhalten, aber wir wollen dem praktisch gewissermaßen mitgeben anhand der Erfahrungswerte, wie das stattzufinden hat. Also wie da eben die Maschinenparks meinetwegen einzusetzen sind in etwa, damit wir das Netz dienlich oder hauptnetzmöglich umsetzen können. So in der Richtung in etwa kann man sich das vorstellen. Hier wird dann darauf hingewiesen, naja, wie wollen wir das tun? Vom 1. Oktober bis zum 23., also innerhalb der ersten drei Wochen, sollen praktisch die Definitionsübersichten geschickt werden. Das ist eine Gesamtübersicht über alle Schaltzeitdefinitionen und Leistungskurvendefinitionen, die hier von Netzbetreibern zu verschicken ist, als Übersicht innerhalb der ersten drei Wochen. Dann kann man zwei Wochen lang als Lieferant oder Mächsteinbetreiber, der sowas bekommen hat, sagen, das ist mir nicht ganz geheuer, ich möchte das mal reklamieren. Diese zwei Wochen sind also dann reines Prüfen dieser initial übermittelten Übersichten, ob das so hinhauen kann oder nicht. Wer nichts reklamieren will, der hält diese zwei Wochen lang einfach die Füße still. Und dann, 6. November, also jetzt praktisch fünf Wochen nach Einführung, bis 27. November, die nächsten drei Wochen lang, haben wir die Übermittlung einer Definition. Während das vorher die Gesamtübersicht war, der Definitionen, ist das jetzt die Übermittlung einer Definition. Also praktisch jede tatsächliche Schaltzeitdefinition, jede tatsächliche Leistungskurvendefinition an jetzt die Zugang und Lieferanten und Mächsteinbetreiber herauszuschicken sind. Gesamtübersicht, Reklamation der Übersicht und dann die tatsächlichen einzelnen Anlagenplanungen praktisch. Und das ist dann nochmal drei Wochen lang zu reklamieren, falls Lieferant oder Mächsteinbetreiber das unplosiv befinden. Und dann sieht man auch schon im Dezember, hier sind jetzt praktisch schon zweieinhalb Monate vergangen. Hinweise für diese einzelnen Prozesse gelten jeweils die Fristen aus den dann geltenden GBKS und WIMS. Also was praktisch die Reklamationsfristen sind. Das kam jetzt und dementsprechend sollten wir so und so schnell darauf die Reklamation auch geschickt haben. Und das ist in etwa innerhalb dieser Zeiten praktisch, bitte durchzuführen, damit das im Markt rollierend passieren kann. Und wir praktisch nach und nach einen Überblick darüber bekommen, dass das alles läuft und nicht läuft. So in etwa sind diese Einführungsszenarien zu verstehen. Ihr habt dahinter dann auch nochmal solche Übersichten, die Zeitstrahlen. Kann man sich ausdrucken, auch wenn hier die Druckqualität glaube ich ganz miserabel sein wird, weil das ein bisschen klein ist. Ich weiß nicht, manchmal sind hier bei diesen offiziellen Dokumenten die Screenshots so ein bisschen mit niedriger Qualität reingekopiert wurden. So und dann weiteres Vorgehen zu diesen Themen, dass dann eben ab dem 1. Januar das Ganze auch operativ zu nutzen ist. Dann haben wir einen ähnlichen Zeitplan, um das vorher einmal auszuführen. Und dann sind wir praktisch Ende Dezember in der Lage, operativ loszulegen mit sowohl diesen Leistungskurvendefinitionen als auch den Schaltsehdefinitionen. Und dann könnte es ja durchaus sein, dass die Gegenseite das auch gerne mal bestellen möchte. Also der Lieferant beispielsweise anhand seines Kundentarifs weiß, na der ist hier in irgendeiner Form, in dieser Form hier steuerbar. Dann würde der also ab dem 1. Januar über die Bestellung einer Konfiguration vom Netzbetreiber das Ganze anfordern können. Und das ist beschrieben in GBK und Co. Weiterhin Einführungsszenario Blinddarbeitsabrechnung. Dafür brauchen wir die Netzlokations-ID, haben wir auch schon beschrieben. Die kommt zum Oktober und soll dann zum 1. Januar operativ nutzbar sein, weil wir dann eben die Abrechnung der Blinddarbeit umsetzen wollen. Die kann ab dem 1. Januar über die Netzlokation umgesetzt werden. Bis zum 1. Januar ist sie weiterhin über die Marktlokation abzurechnen. Sollte man das bisher schon tun, muss man jetzt entsprechend auch Stammdatenänderungen durchführen, damit praktisch der Übergang von Marktlokation auf Netzlokation umzusetzen ist. Auch hier haben wir dann in der UTMD weitere Hinweise, wie diese Stammdaten zusammenzusetzen sind. Dann kommt Bestellung von Werten nach Typ 2. Ich weiß nicht, warum man das hier so reinschreibt und nicht wenigstens einen kleinen Hinweis geben möchte, was dahinter steckt. Es gibt dann verschiedene Dokumente, die man reinschauen kann. Ich würde mal sagen, wir müssen in die Codeliste der Konfigurationen gehen. Genau. Also bei EDL Energy, Codeliste der Konfigurationen ab dem 1. Oktober gültig. Da sehen wir hier schon Typ 1, Standardmessprodukte. Okay. Also Zählerstände und so weiter. Typ 2, Konfigurationsprodukte, Schaltzeitdefinition, Leistungskurvendefinition, Steuerungsgeschichten. Messprodukte für den ESA oder auch die Ist-Einspeisung, Netzzustandsdaten. Das ist alles Typ 2. Das sind alles keine klassischen Abrechnungswerte, wie wir sie bisher in der Vergangenheit schon gekannt haben. Das sind jetzt so diese Sondermesswerte, könnte man sagen. Oder Messprodukte. Das ist Typ 2. Auch da zum 1. Oktober bis in den ersten zwei Wochen das praktisch einmal hinschicken, Preisblätter versenden. Ab dem 16. Oktober nach diesen zwei Wochen kann die Konfiguration dann bestellt werden und wird dann ab dem 1. Januar praktisch operativ genutzt. Kommunikationsdaten auch innerhalb dieser ersten zwei Wochen wichtig, denn weitere Marktreuen, BIKO, BKV, also Bilanzkoordinator, Bilanzkreisverantwortlicher, Betragungswertebetreiber und Energiesicherungsanbieter machen das jetzt auch mit diesem automatisierten Kontaktdatenaustausch über Edifact. Also diese Bereiche hier müssen das dann auch einführen zum 1. Oktober. Aktualisierung ebenso, es sollte das notwendig sein, innerhalb dieses Zeitraus, bitte. Auch hier natürlich der Hinweis darauf, dass die BDW-Code-Nummern-Datenbank auch wunderbare Daten zur Verfügung stellt. Ihr merkt langsam, es ist jetzt nur ein Einführungsszenario für diese 5, 6, 7 Team, aber meine Güte, meine Güte, es könnte ein bisschen weniger sein. Und das ist jetzt hier nur wirklich kontextuniversal Bestellprozess. Wir haben ja zum 1. Oktober noch so ein, zwei andere Änderungen an der Marktkombination. Ganz zu schweigen von den ganzen Edifact-Formatänderungen, die natürlich immer darauf basieren, aber das ist halt wirklich viel. So, Mesh-Betraiber-Abrechnung mit Artikel-IDs. Bisher wurden Artikelnummern genutzt, jetzt müssen zum 1. Januar Artikel-IDs genutzt werden. Auch die müssen hier natürlich vorher über neue Preisblätter umgesetzt werden. Also auch hier zum 1. Oktober erstmal Gemittlung des elektronischen Preisblattes mit der Artikel-ID. Das muss innerhalb dieser ersten zwei Wochen auch geschehen sein. Und dann kann zum 1. Januar operativ so abgerechnet werden. Mega. Also das kommt jetzt drüber hinweg, das haben wir in etwa jetzt beschrieben. Neue Messprodukte für den ESA, das ist Typ 2. Auch hier muss jeder ESA- und Mesh-Betraiber in seinem IT-System selbstständig und zum Änderungszeitpunkt 1. Oktober die vorhandenen Messprodukt-Codes durch die neuen ersetzen. Wenn es zu diesem Zeitpunkt eine Vereinbarung zur Vermittlung von Werten nach Typ 2 zwischen ESA und MSB besteht. Also, wenn man ein Mesh-Betraiber ist, der von einem Energieservice-Anbieter, das ist ja ein Kundendienstleister, angesprochen wurde, wir sind hier beim Kundenvertragsrecht jetzt vereinbart, wir sollen Analysen machen, Auswertung machen, Einsparpotenziale berichten, bla bla bla, und dürfen deswegen auf Daten zugreifen. Also nur wenn man davon betroffen ist, dass ein ESA bei einem irgendwas bestellt hat, muss man diese alten Messprodukt-Codes ersetzen durch diese neuen Messprodukt-Codes. Also von außen betrachtet, ja, warum macht man das überhaupt? Ist einfach nur eine andere Nummer. Es gibt immer gute Gründe dafür, die Welt ein bisschen neu zu erfinden und in diesem Fall muss halt der IT-Dienstleister oder der Prozessverantwortliche diese Nummern austauschen. Am Ende steckt da mehr oder weniger das Gleiche dahinter, aber es müssen jetzt diese neuen IDs eben im System sein, damit die Massenprozesse sauber darüber laufen können. Stammdatenanpassungen, auch das habe ich vorhin ein bisschen mal kurz erwähnt. Auch hier, über den Kontext des Universalbestellprozesses werden jetzt am 1. Oktober verschiedene IDs eingeführt und später auch Prozesse eingeführt. Sollten hier Standardänderungen notwendig sein, insbesondere wegen der Umstellung der alten UTMD, spartenbegreifend, auf die neue UTMD-Strom, dann muss das eben auch zum 1. Oktober angetriggert werden. Wir sehen dann hier gleich Hinweise, dass Änderungen zur Lokationsbündelstruktur ja eh erst Oktober 2024 gelten werden, also ein Jahr später, deswegen werden die hier noch nicht beschrieben. Lokationsbündel, dasselbe, Netzlokation, soll man hier einfach vorne gucken in dem vorigen Kapitel, also ein bisschen weiter scrollen. Und dann haben wir hier SG8, Segment 8, Daten der Marktlokation, Segment 10, CCI, ZA2, Abwicklungsmodell. Und das Abwicklungsmodell ist jetzt praktisch der Weg, wie die einzelne Marktlokation bilanziert wird oder auf welches Datenobjekt bilanziert wird. Modell 1 wäre klassisch Zuordnung zu einem Bilanzkreis im Modell 1. Modell 2 wäre, dass die Energiemenge als Netzgangzeitreihe in ein benachbartes Bilanzierungsgebiet übergeben wird. Modell 2. Das ist das Abwicklungsmodell, das Standdatum, das muss eingeführt werden und entsprechend hinterlegt werden. Mega. Und so weiter. Also auch hier steuerbare Ressourcen, technische Ressourcen haben wir vorhin schon erwähnt. Grundlage zur Verringerung der Umlagen nach Energiefinanzierungsgesetz, auch hier, muss der Lieferant dem Netzbetreiber gegenüber mitteilen, ob so eine Grundlage gemäß des Gesetzes gegeben ist, damit man hier Umlagen verringern kann. Wir kennen das ja aus der Vergangenheit, also Privilegierungen von bestimmten Kundengruppen, niedrigere Umlagen, niedrigere Steuern und Abgaben etc. Das ist in etwas so der Hintergrund. Wenn das vorliegt, muss das als Stammdatum hinterlegt werden. Und auch hier wird beschrieben, wann dieser Austausch wie durchzuführen ist. Und dann sind wir durch. Ich habe jetzt eine halbe Stunde lang mich durch diese 24 Seiten in etwa gekämpft, um euch hier das mal nur kurz zusammenzufassen. Ihr merkt ja, als wenn man das jetzt wirklich umsetzen muss in seine eigene Prozesswelt und IT-Welt. Na, hoffentlich hat man schon vorgestern angefangen. Mega. Also wenn ihr euch weiter damit beschäftigen wollt, wir haben an andererseits hier natürlich eine GPKE zum 1. Oktober. Wir haben auch eine WIM zum 1. Oktober 2023, die dann gelten werden, jeweils bei der Bundesnetagentur zu entnehmen. Wir haben bei EDIAT Energy zum Beispiel diese Codeliste der Konfigurationen, wo dann die einzelnen Hintergründe drinstecken. Wir haben dort auch die Codeliste der Lokationsbündelstrukturen, wo dann der Hinweis natürlich nochmal gesetzt ist auf die verschiedenen Objekte wie Netzlokation, Messlokation, Marktlokation und technische Ressourcen und wie die miteinander in Verbindung stehen. Dieses Dokument ist, wie ich finde, auch sehr, sehr interessant in seiner Version 1.0 neu eingeführt, weil wir hier hinten dann so praktisch grafisch zusammengestellt, hier sehen wir zum Beispiel, auch so diese komplexeren Messsituationen praktisch finden und wie die dann im Weiteren umzusetzen sind. Ja, also wie das dann hier praktisch gemacht werden kann. Finde ich ganz nett. Und ansonsten, wer sich weiter damit jetzt beschäftigen will, die UTTS hat ein Anwendungshandbuch Definition. Version 1.1 kennen wir also schon mal grundsätzlich wegen den Zählzeitdefinitionen. Jetzt sind ja mit drin natürlich die anderen Bereiche, Schaltzeitdefinitionen und Leistungskurvendefinitionen und wie die zu übermitteln sind. Viel Spaß dabei. Wer sich jetzt sagt, Hilfe, Hilfe, ich will die nächsten Monate, vielleicht auch die Sommerpause, ein bisschen dafür nutzen, mich damit konkret auseinanderzusetzen. Wie gesagt, wir werden es auf diesem YouTube-Kanal nochmal erwähnen und genauer reinschauen und zeigen, wie das so aussieht. Wir haben hier ein Abo-Modell jetzt gestartet, wo wir das im Detail als Artikel, als Infografiken, als exklusive Videos, die nicht auf YouTube sind, erklären innerhalb unseres Lernportals, einloggen und da drin läuft dann da alles. Das ist ein monatliches Abo über PayPal oder Kreditkarte, vielleicht in Zukunft auch über Lastschrift mal schauen, kommt ein bisschen auf euch an. Ich habe im Moment gar keinen Bock darauf, weil ich auch mit der klassischen Rechnung als Zahlungsmethode teilweise sehr, sehr schlechte Erfahrungen gemacht habe mit einigen Kunden, die also wirklich überhaupt gar nicht sich an Zahlungsziele halten, wenn eine Rechnung da mal angegangen ist. Oder dann einfach die Besteller vergessen, die Rechnung an die interne Buchhaltung weiterzuleiten. Ich habe da keinen Bock mehr drauf. Deswegen aktuell über PayPal oder Kreditkarte. PayPal kann ja aber auch dann als Lastschrifteinzug vom eigenen Stadtwerkekonto oder wie auch immer umgesetzt werden. Wer das als Stadtwerk und Co. so nicht digital umsetzen kann, muss mir halt eine E-Mail schreiben. Hier unten ist dann auch ein Kontaktformular dazu. Hier einfach reinschreiben. Und dann kann ich es auch manuell einstellen. Und wie gesagt, dann wahrscheinlich als Lastschrifteinzug. Oder als monatliches soziale Rechnung. Müssen wir mal gucken, wie wir das machen wollen. Das ist auf jeden Fall ein Weg, dieses Abo-Modell, wie ich dann ja auch garantiert mich darum kümmern werde, immer die Themen so tief wie nur möglich auseinanderzunehmen. Weil das sorgt ja dafür, dass ich dann weniger andere Schulungen, weniger andere Consulting-Projekte machen muss. Deswegen wäre das so der Weg, wie dieses Lernportal hier da so richtig, richtig geil werden kann, indem wir einfach dauerhaft neue Inhalte reinkommen. Und ein Abo kann natürlich monatlich gekündigt werden. Keine Fragen. Okay. Wir haben uns heute mit dem aktualisierten Einführungsszenario des Universalbestellprozesses auseinandergesetzt. Es ist bald. Wir haben jetzt noch Juni. In gut dreieinhalb Monaten ist es fast schon zu spät. Da geht es dann langsam los. Habt ihr Fragen und Anmerkungen ganz konkret dazu, gerne schon mal unten in die Kommentare schreiben. Ich werde natürlich auch weiterhin YouTube-Videos über die Themen machen, gerade über die aktuellen Entwicklungen. Aber so richtiges Coaching, Consulting und Schulungen, das wird dann über den Mitgliederbereich, das Abo-Modell, laufen. Okay. Also, wie gesagt, gerne Fragen und Co. unten in die Kommentare. Ansonsten immer like das Video und abonniert den Kanal und aktiviert die Glocke, wenn ihr es noch nicht gemacht habt, für die nächsten Videos. Und dann bis zum nächsten Mal hier bei Energiewirtschaft einfach, der Online-Akademie für die Energiebranche. Mein Name ist Carsten Eckert.